Ups, das ist eins zu viel, das ist gewissen. So schnell geht's und ist es symmetrisch. Äh, na. Irgendwo steht jetzt erst recht oder nicht? Shit. Hä? Das gibt's ja gar nicht. Das ist nicht symmetrisch. Das sind aber vier. Hä? Ich kapier's nicht. Ach du. Irgendwas passt jetzt wieder nicht. Aber was? Da ist ein Fehler drin. Nein. Nein. Was denn? Nein. Was denn? Hat mir grad mein Mess... ...ding zerstört. Nachdem ich's mit deiner Wrench abgebaut hab. Oh nein. Nein. Hier war was falsch gemacht. Scheiße. Mhm. Ne keer. W Ey. So, ist die symmetrisch? Nein, was stimmt eben? Es stimmt ja trotzdem nicht. Äh, das ist klar, weil das passt alles nicht mehr zusammen. Oje, 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 oje. Wo oben ist noch gleich? Na, jetzt stimmt's. Oje. Mist. Das war fülle. Alles wird zugekommen. Mist. Hä? Achso, klar. Stimmt's jetzt? Nein. Was? Ich glaube, jetzt ist es symmetrisch. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Nein, warte mal, da ist ein Föller da drin. Sag dich ja. Ja klar, jetzt ist es symmetrisch. Ja, jetzt sehe ich drin. Oh, schön, 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 sehr schön. Du hast es gar nicht gesehen, du Fullposten. Was? Wie kannst du mir so etwas vorwerfen? Ich soll ihn vollposten, was? Ja, siehst du. Tallshot, Whiteshot, Longshot. Moment, was warst du Tallshot? Das ist gut. Hoch? Drei hoch. Whiteshot. Nein. Doch, Whiteshot. Ja, ist klar. Genügt schon wieder. Englischlektionen mit Ziva. Weiß Schatz. Jetzt weiß ich, warum wir keine Englisch machen, sondern nur in Deutsch. Nur in Deutsch, irgendwie so Uhr herablassen. War ja so geplant. Deutsch die wichtigste Sprache für uns. Long ist was. Nein, White ist ja Ding, das musst du nicht. Wir haben alle keine Ahnung, was du tust, Ziva. Das musst du schon selber wissen. Wkrach, die Da geht's mir. Ich bin hier. Ich bin hier. Da bin jetzt. Hier. Hilfe! Was packt? Was packt? Was packt? Irgendwas packt Ich dachte mir gerade, das kann ich Jetzt ernsthaft Echt? Aber irgendein Star ist ja nur da, was nicht da ist Ok, das hab ich nicht Ich hab gerade zu wenig Inventory bleibt Ich hab gerade zu wenig Ich hab gerade zu wenig Aber das ist ja nur da, was ich nicht da ist Ich hab gerade zu wenigstens 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 Sehr interessant Ich hab gerade zu wenigstens Die, die im Takt Alle Ein paar Sekunden Haben wir auch gemacht Echt? Wo? Weiss nicht, das ist gar das Problem Du wiehst jetzt auch nicht wo Alle Wisst du ja nicht, wir müssen ja schauen Timedings oder? Timedings Transfer... Nix. Ich suche einfach im Internet. Was ist das Internet? Anoden... Na... Ohja, das erinnert mir jetzt an... Amnesia. Ja. Was? Wieso? Timer? Ah, ein Timer ist, was ich suche. Wolltest du mal pennen gehen, oder? Ja, ich komm schon. Oh. Wolltest du mal pennen gehen, oder? Ja, ich komm schon. Hehehe. Haben wir irgendwo einen normalen Stein? Kein Cobblestone. Wieso? Ich muss ihm schmelzen. Sand, Dreck, Stein. Nein? Stein? Nein. Oh. Ähm... Ahm. Hm... Das war's so. Pulsier. Wasst hier? Das war's für heute. And so 3, 4, 4, 6, past. And stake, past. And for two. And, 2, 3. unsere fabrik ist übrigens gerade baustelle ich weiß immer schon ok ja stimmt mein gott wie falsch kann man besitzen sehr offensichtlich komm jetzt habe ich keine rätste umfang also nein ich mache ich habe gerade eine und habe schon ich hab's nicht vorgebracht ich sag dir hast gut und was soll ich gut gemacht die reds vom fackel drin liegen das ob es ist vielleicht keine ahnung wir könnten nach schon immer Ups, wie schnell kann man aber so reißen? Schnell Offensichtlich So, okay, jetzt brauche ich wieder den U-U-Meta-Bla-Bla Sollte ich alles haben Das wäre sicher mit Oculus auch nicht schlecht Ja, Minecraft war sehr cool Wenn man so plötzlich rauf fliegt Soll ich jetzt auch? Ja Ja Oh ja, ich habe zwei nicht Interessiert ja niemanden Du brauchst für Oculus Rift-Lab, wenn es dazu nicht Ich brauche auch nur einen Ich brauche den zweiten irgendwo Ich brauche den zweiten Ich brauche den zweiten Einmal machen Und hoffe, dass er jetzt das nächste Mal nicht kaputt wird Ich brauche den zweiten Ich brauche den zweiten Ich brauche den ersten